Stefan, zunächst mal schön, dass du wieder bei uns in Mannheim bist. Wie sind so die ersten Tage jetzt oder die ersten Wochen, kann man ja fast schon sagen. Du bist ja schon jetzt ein bisschen länger da gewesen für dich. Wie fühlt es sich an und warum hast du das nochmal gemacht? Warum bist du wieder hergekommen? Sehr gut. Für mich war klar, dass ich wieder nach Mannheim zurück will. Für mich hat davor ja alles gepasst. Ich fühle mich hier wohl. Die ersten Wochen waren gut. Wir haben eine super Truppe beieinander. Wie gesagt, ich fühle mich wohl hier und bin auch froh, wieder hier zu sein. Im letzten Spiel gab es eine schöne Situation. Wir haben den ersten Sieg der Saison eingefahren. Wie hat sich das für euch angefühlt und was ist seitdem hinter den Türen passiert? Das war wichtig für uns. Wir hatten in den ersten Spielen, auch wenn es nicht unsere besten Spiele waren, trotzdem die Chance zu gewinnen. Wir hatten die Chancen nach vorne, haben es leider nicht reingebracht. Es war sehr gut für uns, dass es im letzten Spiel mit einem Sieg geklappt hat. Trotzdem war es jetzt nicht unser bestes Spiel. Wir haben noch viel Luft nach oben, was aber auch ein gutes Zeichen für uns ist. Es war wichtig für uns und wir wollen jetzt den Schwung mitnehmen für die kommenden Partien. Was werden wir heute von euch sehen bzw. was habt ihr euch vorgenommen? Was wird heute Programm sein bei dem Spiel gegen Straubing? Wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. Wir wollen unser bestmögliches Eishockey aufs Eis bringen und natürlich am Ende erfolgreich rausgehen. Sehr gut. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke schön. 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 Danke schön.